Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix und wir waren beim letzten Standpunkt ja hier im Herztribunal und haben ja versucht Alice grundsätzlich ihre Unschuld zu beweisen und jetzt haben wir die Königin grundsätzlich ihren Turm da besiegt damit dass dieser Käfig nach unten fährt da ist sie jetzt eben nicht mehr jetzt müssen wir sie eigentlich suchen ich hoffe das wird jetzt nicht allzu schwer aber ich kann mich noch erinnern dass wir dort rein mussten und ich hoffe jetzt okay da geht es anscheinend nicht weiter ups hä wo ist meine Waffe ja ich habe so ein bisschen mit r1 angegriffen weil ich in letzter zeit ein bisschen dark souls gespielt habe und ja daran gewöhnt muss ich auch ein bisschen an die steuerung dann das schatten doch ist ein bisschen blöde man die geben nur eine petersipsel wenig ehrlich gesagt aber gut ich glaube aber ich bin hier jetzt richtig soweit ich mich erinnert von den alten Zeiten ist es so dass von da oben dann doch irgendwann ein entgegner kommen müsste also meiner meinung nach aber so genau also sicher bin ich mir da jetzt irgendwie nicht mehr und was mich halt interessieren würde ist ich weiß ich habe in letzter zeit ziemlich wenig parts gemacht oder eigentlich gar keine ehrlich gesagt in dem ganzen monat und da möchte ich halt jetzt daran arbeiten und ich habe zum anfang gesagt dass ich das vor produzieren nicht so mag aber ich sehe halt dass es anders irgendwie denke ich mal nicht geht was ist mit denen warum sind die so fett riesengroß okay an das kann ich mich nicht mehr erinnern vielleicht ist das jetzt neu dazugekommen die haben auch ganz schön viel leben mann das gibt es ja nicht was ist mit denen also nein die greifen auch nur einmal an und sterben daneben die also das verstehe ich jetzt nicht ganz irgendwie muss ich auch nicht hierhin okay dann gehen wir uns mal auf anderen orten umschauen ich habe jetzt keinen plan eigentlich wo ich hin muss dann gehen wir mal da zurück und schauen wir mal in den wald vielleicht gibt uns der ja ein paar genauere hinweise wo wir hin müssen ich habe jetzt ehrlich gesagt keine ahnung wo es hingeht okay dann geht es doch da weiter anscheinend hast du alles gesehen nein schatten ja wo sind sie hingegangen hier entlang da entlang ist das so wichtig links rechts oben unten alles durcheinander dank der schatten das ist ein in den wald der zum einzigen garten für vielleicht findet ihr schatten im kopfüberzimmer okay das kopf ans kopf oberzimmer oder kopfüberzimmer erinnere ich mich noch das war ja ganz am ende mann ich hasse diese typen das problem ist ja dass man wirklich nur von hinten angreifen kann und wenn man dann so schwach ist wie wir und irgendwie gehen der karton und guffi ziemlich oft drauf sehe ich gerade das finde ich jetzt nicht so toll ich komme zu einem ganz gut klar aber aber rollen kann ich wenigstens schon mal das ist ja schon mal was gutes so jetzt geht nicht da und mann nein ich wollte ihm einfach ist so jetzt nicht so toll dass ich das einsetzen muss aber ich weiß gar nicht ach leckt mich schlecht gerade das gibt es ja nicht ja aber nur nichts aufgestiegen maximum api hat sich heute da fuck you alter mann äh fett waren es meine ich komm schon warum nein ich hab nur äther das brauche ich aber nicht leck mich das gibt es doch nicht danke so jetzt brauche ich leben nein da kommen immer mehr warum verrecke ich hier jetzt eigentlich das ist doch gar nicht mal so schwer das ist echt schlimm wie soll ich dann den boss machen wenn ich jetzt hier schon so schlecht bin aber okay ich muss sagen zu meiner aktuellen verteidigung ich hab schon lange nicht mehr gespielt ich hab die geben mehr wenn man so ja 3 und kugeln geben so ah komm schon aber ich komme langsam wieder rein also wie ich schon vorher erwähnt habe möchte ich es eben so machen dass ich wie kann man das sagen dass ich es eben wirklich vorproduziere und dann ich will halt schauen dass ich vielleicht irgendeinen Uploadplan raufkomme also reinkomme sagen wir es so da würde ich jetzt vorerst mal machen ähm Montag Dienstag kommt das erste Projekt das bedeutet aber wenn ich jetzt zum Beispiel Montag das nicht schaffen sollte das hochzuladen würde es eben am Dienstag kommen also halt äh Montag nicht wenn es am Montag nicht kommt das kommt dann eben am Dienstag äh ist glaube ich ganz verständlich kann man jetzt irgendwie das hab ich denn das jetzt gemacht keine Ahnung ah nicht kenn mich in der Steuerung fast gar nicht mehr aus aber egal ähm genau wo war ich ah ja mit dieser mit dem Uploadplan also Montag Dienstag eben die ganzen also das erste Hauptprojekt jetzt eben Kingdom Hearts danach werde ich hochladen äh das zweite Projekt das würde dann ähm Mittwoch Donnerstag kommen Freitags also das wäre dann jede zweite Woche das Nebenprojekt also Mario Kart 8 ok sie verstecken sich irgendwo die Mama Moment Ref ausgraben was mein Ref er wollte die Schatten finden macht das Licht an ok Licht an machen das sind jetzt da grad wo wahrscheinlich die Gegner rauskommen und ja freitags in dem Projekt dann hätte ich würde ich machen Samstag ist dann was habe ich am Samstag vorgehabt ja da wäre ich dann wahrscheinlich falls ich also das ist ja nicht immer so dass man das macht aber wenn ich mal das hätte würde ich die wahrscheinlich Samstag hochladen ähm das wäre dann halt auch nur also jeden Samstag grundsätzlich aber die hat man halt nicht immer wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel als Together der macht das nebenbei neben mein Hauptprojekt und so dem Projekt liegt dann würde das natürlich auch wöchentlich kommen das ist natürlich klar äh uah und dann würde ich es noch machen ähm die Special Events würden dann immer sonntags kommen die kommen halt eben immer nur ähm ihr wisst schon alle 10 Abonnenten und 100 aufrufen und das ist halt äh so gesehen weil mich mal einer gefragt hat wie das gemeint ist ist halt so gemeint wenn ich jetzt zum Beispiel das steigert sich natürlich wenn ich jetzt ähm dadurch dass ich ziemlich viel hochlade eben zum Beispiel 200 Aufrufe in einer Woche bekommen wird oder halt auf ein Video ganz schnell dann mache ich das natürlich auf ähm 200 Aufrufe ist natürlich ganz klar ähm danach ist natürlich so zu sehen dass ich es ähm mit den Abonnenten genauso mache wenn ich jetzt auf einmal 20 Abonnenten auf die Schnelle bekomme dann mache ich es natürlich bei allen bei allen 20 Abonnenten das geht halt natürlich alles auf die Rundungszahlen um das heißt ich mache das dann so ähm wenn ich jetzt bei zum Beispiel beim Aufruf 1200 äh oder 1000 sagen wir 1899 wäre dann mache ich so dass ich das ähm bei 1000 ähm erst wieder ein äh wie heißt das ein Special Event macht bei naja wo könnte man das machen bei 1000 bei 2000 würde ich dann erst eins wieder machen ja so einfach wenn das erklärt so wir speichern hier mal bevor ich jetzt ich glaube jetzt kann ich dann nämlich reingehen ich hoffe es zumindestens das wäre ganz nett ich speichere etwas schneller danke jetzt waren wir da drin haben die Lichter angemacht jetzt müssten da oben wenn man die Decke sieht eigentlich die Lichter brennen ok da ist jetzt wieder die Katze von oben habt ihr eine bessere Übersicht dann gehen wir mal nach oben so wie es die Katze erwartet von uns ok sprechen wir mal mit der äh Dreieck nicht X die Schatten sollten bald hier sein sei dir auf das Schlimmste gewasst wenn nicht Pech gehabt ok äh gut das ist wohl der Endboss dann habe ich irgendwie anders färbige Erinnerungen aber wie ihr ja wisst ist das ja hier anscheinend so dass sich hier alles irgendwie färblich ändert aber das finde ich gar nicht mal so schlecht nein oh fuck der hat zwei ganze Balken kann schon ich muss da jetzt irgendwie raufkommen damit ich ihn attackieren kann nein au ah man du kleines holz scheiße oder was du sein sollst komm her das Problem ist dass ich nicht so weit springen kann naja vielleicht geht's jetzt Ende ist immer so weit weg ja es geht Angriff komm schon aber muss sagen der Gegner ist jetzt nicht gerade der schwerste aber trotzdem leicht ähm man darf ihn sich jetzt nicht so als man darf ihn auch nicht so leicht nehmen also wird dann noch ganz schön anstrengend das kann ich schon mal sagen also äh er dauert lang sagen wir es mal so und den Tipp was ich geben kann falls ihr das Spiel auch noch spielen wollt dann greift ihn lieber nicht mit Feuer an das ist eher negativ weil dann eben seine Löffel Feuer fangen und euch dann meistens entweder mit Feuer angreift ich weiß gar nicht wieviel Schläge man braucht man warum funktioniert das jetzt nicht ah er hat den Sassen so stark hab ich gar nicht gesehen ok aber ich müsste eigentlich noch aufkrankern ach komm schon so so da blödes Ding ok da wäre das Fressen schon gestanden dazu nützt es kein Spiel komm schon geh runter das gibt's ja nicht ah Donald macht was nein nicht zu mir läuft ihn an kommt schon also mit 3 wie ihr schon wisst könnt ihr eben Donald und Goofy auf euer Ziel ansetzen das ist angreifen das ist eigentlich ziemlich oh nein macht er das jetzt wirklich ja das habe ich gemeint mit vorher dass das blöd ist dadurch weil er eben dann Feuerbälle auf dich schießt und du ihn eigentlich nicht attackieren kannst und wie ihr ja seht ähm mit Donald und Goofy allein ist der Kampf etwas das nervig weil sie ihm fast keinen Schaden machen kann sie mal von da unten ich glaube löschen kann man die auch nicht Donald ist tot mit je einer weniger fack im hoffen da wir haben uns mal da rein das Problem ist ja du brauchst mehrere mehrere Schläge überhaupt mann von alt gut nein ich war der nervt doch der boss das problem ist ich mache mir auch kaum schaden und das was ich auch gelesen habe ich weiß nicht ob sich das seitdem nein seitdem also das seitdem es auf der ps2 erschienen ist da war es glaube ich so dass Prozent circa eine Minute dauerhaft ist bis sie sich wieder Recon also der da sind mit der Hälfte des Lebens glaube ich jetzt mal also ich bin mir da jetzt nicht genau sicher aber was ich darf das jetzt nicht verlieren das dauert mir echt schon etwas zu lange komm schon nein was ich habe keine kaum heil mich in der kommt schon ich darf mich jetzt nicht nein was war denn das jetzt warum bin ich jetzt gestorben weil ich in den Feuernlöffel reingerannt bin man wie schwul ist das denn das war glaube ich die einsternwelt oder ja bla 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 das kann man jetzt verspringen das ist ja schon so jetzt muss ich mal auf die ausrüstung schauen was ich habe nichts außer das nein ich habe sonst keine items ich habe also doch was ja was kann es nicht ab dem ich hier habe ich schon alles gewinne tun hat auch was ich schüttelte die neuer hinterlassen der thaler lp und mag mp-kugeln durch ausrüsten aller mitglieder steigt die effektiv die oder aus dem kann er nicht schaden um ja mehr fällt mir dazu hat sich nicht ein status ist eigentlich egal auch nur noch 15 denn die 116 bräuchten egal dann versuchen wir den ganzen ab jetzt noch mal ich habe gesagt grundsätzlich bis der erste abebald unten ist eigentlich ganz einfach aber dann und sehr das etwas an den nerven muss ich sagen die schatten sollten denn naja schon das werde ich jetzt das finde ich auch ganz gut man kann die ganzen sachen jetzt schon überspringen problem ist halt ich habe jetzt nichts wo ich stärker werde doch nicht dass ich die zwei irgendwie dass ich ihn die zwei irgendwie besser ausrüsten könnte aber nein kaum schon alter mann äh so jetzt macht er den blödsinn wieder zu stecken ganze zessen jetzt sehen ah fuck it komisch sonst redet er das doch immer verstehe ich jetzt nicht ganz aber okay das hat noch nicht viel Leben was das wusste ich gar nicht sehr nah ist dass man das auch attackieren kann wirklich jetzt haben wir gleich wieder die hälfte zusammengebracht komm schon stirb mann blöder gegner du verpiss dich wow wak 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 so du sag nein das gibt's doch nicht ah verdammt so kommen ach stimmt so ein Löffel warum greift sie ihn an wartet es ist immer so lang es dauert immer so lang ich verstehe es halt nicht zu bleiben immer stehen irgendwie warten auf Heiligabend oder so ok jetzt sollte ich weggehen hier greift schon an und ich verpiss mich aber ich muss sagen wir haben noch alle items und oder items alle helldränken die ganzen blödsinn gut so lange den tisch eigentlich nicht zerstört ist alles gerettet oh durch die beine komm schon da geht sie na komm so da Nein, aus, wieder, nein, kleiner Humpelmann, du, verdammt, oh, okay, jetzt muss ich's benutzen, weil wenn du mich zweimal durfst, bin ich dauernd, geh weg, eigentlich könnte ich ja das so machen, dass ich so angreife, erst, mach was, ah, oh fuck, Das hab ich echt nicht gesehen, was er angegriffen hat, das war jetzt echt blöd von mir, aber gut, nein, ah, Mann, was? Wait aah, das kann's doch nicht sein, zuerst hat das so gut funktioniert. Oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Nein, nicht der Blödsinn, bitte, nicht. Oh, Mann, leck mich doch, oh, was war das jetzt, okay, das war jetzt etwas merkwürdig, dass mich das so getroffen hat, aber hey, es ist aus. Kann ich ihn da nicht, nicht der Kind, das ist merkwürdig, das ist sogar sehr merkwürdig. Kommt schon, Donald, ich brauche euch jetzt, also, wenn er feuernd Flamme ist, greife ich ihn, darf ihn vernichtern, weil, ohne dass ich's reflektieren kann, bringt er mich um. Also, jetzt kommt er wenigstens, oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht, ich weiß nicht, macht ihm das Schaden, ganz ehrlich. Also, oh, oh, komm schon, Donald, äh, äh, ja, Donald, stetsch, Mann, du kleiner Abblatt. Komm schon, Donald, zeig sie, die macht das keinen Schaden, oder? Irgendwie, ah, heuer, sie machen Schaden. Komm schon, Donald und Goofy, den letzten lang muss eh ich machen. Aber, das ist jetzt nicht so schlimm. Mann, was macht er? Nein, macht das wieder. Wir müssen halt, dass ich ihn da einfach nicht mehr kommen kann. Wenn ich das versuche, sterbe ich. Also, das kann ich schon mal sagen, dann sterbe ich wirklich. Komm schon. Ich hasse diesen Gegner so sehr. Also, alle anderen Gegner sind im Gegensatz vielleicht zum Endboss und ganz am Schluss dann, aber die Nächsten, die kommen, die sind ja lustig im Gegensatz zu ihm, weil er einfach so lange braucht. Und ich, bis heute, egal wie oft ich das durchgespielt habe, hatte ich keine wirkliche Taktik gewinnen. Oh, okay, ich habe jetzt doch eine, glaube ich, entdeckt. Du musst einfach nur schauen, dass du rund um ihn herumrennen kannst. Ach, das war ja beschissen. Der Kampf war echt merkwürdig. Okay, verreckt es einfach nur. Oder verreckt einfach nur. Flammenwahl erhalten. Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob etwas geschlossen wurde. Und irgendein Gummi-Teil wahrscheinlich. Denke ich mal. Dieser Gummisteil ist nicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navi-Gummi-Ni erhalten. Okay. Ausgezeichnet, du bist ein Held. Falls ihr Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein. Zurück zum Gummi-Chat. Wir werden in einer anderen Welt nach ihr suchen. Wir müssen zu einem Speicherpunkt, um zum Schiff zurückkehren. Ah. Goofys Wort ist immer die intelligentesten. Okay, dann speichern wir das Ganze. Jetzt mal. Oh, stimmt. Wir sind ja jetzt. Ne, bleh. Müssten wir jetzt nicht aufgestiegen sein. Ah ja, warte mal. Von Bossen bekommt man ja jetzt keine. Oder doch. Ich habe keine Ahnung mehr. Egal. Ja. Ihr jetzt gesehen habt, ist der Boss gar nicht mal so schwer. Ich müsste einfach nur schauen. Ihr müsst einfach nur schauen, dass ihr, wenn er diese Feuerbälle schießt, ähm, schnell zu ihm rennt und ihm umkreist, weil er sich ja immer so, äh, weil er das eh aufladen muss und sich bückt. Und dann könnt ihr es machen, dass ihr entschlags nebenbei und einfach mit Dreieck eben Donald und Goofy hinschicken und die sollen derweil ein bisschen Schaden nehmen. Machen halt nicht wirklich viel, aber es ist wenigstens etwas. So, als erstes möchte ich euch bedanken, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es unten in die Comments, um was, also, was euch vielleicht gefallen hat, was ich noch verbessern könnte oder mir, was euch in dem Part ganz besonders gefallen hat. So, ähm, oder ihr gebt mir einfach Tipps, wie ich zum Beispiel Bosse besser fertig machen kann und weniger Leben verliere. Ja, hier seht ihr jetzt, ähm, die nächsten vier, ähm, Projekte für das nächste Spiel. Ähm, die habe ich hier, also, das sind halt die Launch-Trailer, die ich hier eingeschickt habe. Die würde ich gerne, dass ihr mir in die Comments unten auch reinschreibt, welches davon ihr als nächstes sehen wollt. Das kommt nämlich dann als, ähm, nächstes Hauptprojekt, als erstes rein, nach Kingdom Hearts. Und, ja, als nächstes hätte ich hier noch die anderen Projekte und ich hoffe, ihr schaut es auch bei anderen Videos vorbei. Und die, die jetzt immer noch dabei sind, freue ich mich sehr und kann euch nur, herzlichen Dank, euer Dieter Niesty. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.